Im Fokus stehen vor allem Energieeffizienz und ökologisch nachhaltig bauen, das gesunde einbauen, also der richtige Materialeinsatz, Verzicht auf Giftstoffe, nachwachsende Rohstoffe einbauen und hier ist Vorarlberg wirklich international europaweit Vorreiter. Reduktion des Energieverbrauchs im Bereich Wärme, aber auch im Bereich Haushaltsstrom stehen ganz an oberster Stelle, um auf Atomenergie verzichten zu können.